Willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice Du bist doch eigentlich gestorben Ja, dann stepp nochmal So, wir wollen heute in die Kanonenfestung gehen Was war das denn? Oh, das sind die Kanonen, oder? Ja, äh, äh, das sind die Kanonenfestungen, Dinger Wo soll ich hin? Wir haben jetzt übrigens acht Aufladungen Das ist ganz neu Gerade aufgefüllt Oh nein Ernsthaft? Hier bist du auch noch Kannst du dir nicht einen anderen Ort suchen? Naja, wenigstens Hab ich hier jetzt einen Ort zum Trainieren Du sollst was trinken Das kann lästig werden Ich bin doch ausgewiesen Kann ich nicht kurz verschwinden und dann stehst du da wieder und freust dich ein Keks? Ich mein, wir haben hier ja offensichtlich, äh, keine, äh, Nebelwand Äh, eigentlich, eigentlich bräuchte ich das zum Trainieren, ne? Hm, eigentlich schon Ja komm, ich, ich muss die trainieren, weil Das ist jetzt keine einzigartige, die hier rumläuft Oh, das ist die fies Okay, die steht eh an der Wand Aber ich hab sie jetzt ein bisschen raus Aber die haut auch rein Was für ne Olle bist du denn, ne? Das ist einfach die dreckigste Scheiße der Welt Ganz ehrlich Ich raste aus Jetzt hör auf, so unfair zu spielen, Mann Guckt sie, guckt sie, guckt sie euch an Guckt sie euch, guckt sie euch an Da, das hast du davon mit deinen üblenden Tricks Oh, das war Nummer 1 Aber ich hab kaum noch Heilung, ey Okay, es hat nicht gelöst Ah Nein, aber dem konnte ich nicht ausweichen, weil ich Oh, Sack, das gibt's doch nicht, ey Ja, und dann fülle ich den Fokus Beste Geil, los Lass uns hier spielen, genau Machen wir den Move hier Nein Oh, ich hab Die falsche Fähigkeit drin gehabt, ey Das ist doch nicht dein, ey Ja, cool Das kann ich das eigentlich schon wieder fast vergessen Guckt sie euch Diese dreckige Schlampe Es tut mir leid, aber das ist ein dreckige Schlampe Ah, ernsthaft Melee Weißt du, was du gerade vorhattest? Nein, ich bin in der Ecke Hey, das ist eine unfaire Fotze Oh, ich bin ausgewichtigt irgendwie Ah, egal Oh, jetzt hab ich Jetzt hab ich Jetzt hab ich Du dreckiges, kleines Schlumpenviech Verreck in der Hölle Verreck in der Hölle Dämliches, dreckiges Irgendwas Ich hoffe, da wo du bist Geht's dir jetzt schlecht Meine Fresse Gegeben hab ich's dir Ins Gesicht In die Fresse Alter Blute aus Ich dreht durch, Leute Hey, dieses Dieses Irgendetwas Ist nicht von dieser Welt Es ist irgendwas, aber es ist nicht gut Es ist scheiße Entwickler Was habt ihr euch dabei gedacht? Dieses dreckige Olle Fotze hier mit rein zu tun Ich muss jetzt ein bisschen leiser sein Weil Reggie drüben streamt Und wahrscheinlich jedes einzelne Wort von mir gehört wird Ich muss mal kurz nachfragen Ob man mich fluchen hört Moment Muss ich mich entschuldigen So, nachdem das nun erledigt ist Können wir auch ganz normal weitermachen Okay, lauf um dein Leben, Zero Aber erstmal gucken um die Ecke Jetzt lauf um dein Leben Alter Ich bin ein Shinobi Ich kann das Wo geht's jetzt hin? Ich weiß Ich bin drin Oh Gott, da wird auch geschossen Wo hätte ich den da ausschalten müssen? Jetzt muss ich was trinken Du mieser Kleiner Eumel Süßer Ja Süßer kleiner Fratz Du Ich hab so viel Spaß Ich springe hier rum Ich spring hier rum Wie ein Beklopter Das können auch wir Nein Das ist ein Bates Da geht die Schrott Irgendwenn hab ich da hinten vergessen, oder? Kann das sein? Da unten Ich geh nochmal zurück Ich geh nicht nochmal zurück Ich geh Ich komm wieder Alter Kleiner Bastard Dich hol ich Oh Ich hol dich Das ist mir alles wert Oh Gott, ich darf nicht sterben Ich glaub die meisten Schützen hab ich eh erledigt Ich hab keinen Bock mehr, dass mir die ganze Zeit immer in den Rücken geschossen wird Deswegen schnapp ich ihn jetzt Einen kleinen Haul Oh, Ludi da unten Hier ist eh noch Loot Gegenmittelpulver Autsch Hat sich gelohnt Oh, wie komm ich jetzt wieder hoch? Hier war irgendwas Ich muss in Bewegung bleiben So, jetzt kann mir zumindest nicht mehr in den Rücken geschossen werden Hurra So, jetzt sind die anderen drin Ich hab eigentlich gedacht, das sind hochwertige Kanonen, die da sind Einfach nur irgendwelche Sniper Die denken, die machen jetzt einfach Dicken Aber ich hätt mich da noch retten können Ich versuch's nochmal Ja, lecko, Mio Ich will diesmal wirklich runterspringen Mit Absicht Um mich dann hier zu retten Aber hier unten ist nichts Schade Ich hatte Hoffnung Okay, wir sind jetzt einmal gestorben Alles kein Problem Alles easy Hallo Kommen wir zu dir Kollege Und jetzt zu dir Ich glaube, jetzt hab ich sie alle Ruhe und Frieden Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh ich hätte ihn erstechen können oh Gott Dude ohne Safe-Spot, oh knallsam lege ich mich nicht mit dir an bleib erstmal ganz ruhig, wir sehen uns noch versprochen Kommt da einer? Wo hast du denn überhaupt hingeguckt? Achso Danke für den Hinweis Gokans Konfekt, also hier ist quasi ein Schleichweg oder wat Ich will gar nicht wissen wie oft ich heute schon untergefallen bin Ja hier ist irgendwie so ein kleiner Schleichweg Hätten wir wahrscheinlich von da hinten aus kennengekriegt Aber egal Wir sind ja jetzt hier und kommen auch wieder hoch Ich kann doch einmal sterben, ist alles kacke Problem Hallo Miss Wafel, komm mal mit Sehr schön In die Richtung kannst du gerne gucken Dann komme ich nämlich einfach von hier Oh, der guckt auch hier in die Richtung Und das sind zwei Kann ich nicht einfach Nein Also gegen irgendjemand muss ich anscheinend antreten Ah, der guckt gar nicht hier hin Kann ich dich so erledigen? Oh Oh What Surprise Attack Okay, damit habe ich nicht gerechnet Aber damit rechnet ihr jetzt nicht, ne? Oh, okay, doch Okay, der weiß, dass ich hier bin Nochmal falle ich nicht drauf ein Letzter Schluck Komm, vergiss mich Na komm Tu es Tu es Oh Oh Ist eigentlich der gleiche Weg Na gut Komm her Bro Hab schon gegen deine Mutter gekämpft, weißt du Da wirst du kein Problem sein Au Hier Hier Ja, mach die Einrichtung kaputt Los Nö Ach komm Hier Egal, du bist tot Du bist tot, du bist tot Ach komm Ach komm Jetzt stirb einfach Ach Oh Gelbes Schießpulver Gelbliche Körner Eine kostbare Ware aus dem versunkenen Tal Bilden die Basis für ein starkes Schießpulver Nutzbar für mittlere bis hochwertige explosive Prothesenmodulverbesserung Gelbes Pulver ist stärker als schwarzes und macht die Verteidigung der Festung des Tals so mächtig Ich werde übrigens Weil ich fertig bin würde auf noch ein bisschen Geld farm Dass wir halt beim nächsten Mal Äh Ja Ein bisschen upgraden können Weil wir laufen hier noch mit Noob-Sachen durch die Gegend Und Grinden gehört nun mal dazu Ah ja, danach hab ich gesucht Nein Nein, jetzt bin ich hier unten Ich bin nicht Nein, nein, nein Ich bin jetzt nicht umsonst den ganzen Weg gegangen, oder? Versunkenes Tal Ist aber entscheidend mit dem verlassenen Verlies verbunden, oder? Oder zumindest mit dem bodenlosen Loch Wir haben hier das bodenlose Loch und das führt uns doch in die Tiefen von Aschina Ja Wenn hier gleich Tiefen von Aschina steht Dann kotze ich die Aufnahme voll Irgendwas stimmt hier nicht So kann man sich hier ranhängen Hm Tu es nicht, tu es nicht Steh da bitte nicht Alles klar Ah, Alter Was? Jetzt dreh doch mal nicht durch Hoho Ah, super Der nächste Kampf Ah, super Alter Wie dreht denn der durch? Was ist denn los mit dir? Was? Was ist denn nicht in Ordnung mit dir, Junge? Holy shit Okay Da muss ich jetzt Keine Ahnung Die drehe ich ja vollkommen durch Ich meine ich kann ihn zwar abwehren, aber nur bis zu einem gewissen Grade Oh 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 Das sind zwei verschiedene Sachen Oh Okay Was bringt die? Bringt die nicht im Gewicht durch das Angriff? Ich glaube das hier war das Bessere, ne? Das heißt das Bessere ist immer da Alles klar Alles klar Ja Ich kann versuchen mit dem Feuerwerk ein bisschen was auszurichten Mal gucken Okay Aber es geht, es geht, es geht Das war die 1 Das war die 1 Woah Okay Woah Woah Wie der durchdreht Okay, die zweite Phase ist nochmal ein bisschen anstrengender Aber rein theoretisch ginge das Okay Okay, jetzt habe ich aber alles verschwendet Vielleicht soll ich das für die zweite Phase aufsparen Ach du Scheiße Ich meine der dreht jetzt vollkommen durch, ne? Ja Okay, wenn ich die erste Phase schaffe, kann ich das in der zweiten Phase so durchziehen Ich meine guckt es euch an, der durchbricht meine komplette Verteidigung Und dann bin ich tot Und hier ist auch nicht wirklich viel Platz zum Kämpfen Okay, ich muss ihn irgendwie das erste Mal hinkriegen Und beim zweiten Mal mache ich das Feuerwerk Massaker Aha Kann ich ihn von hier aus schon anvisieren? Kann ich ihn irgendwie treffen von hier aus? Mann, wo ziehst du denn hin? Da steht er doch Genau da Alter Brauchst du Zielwasser? Ist es das, was du brauchst? Jetzt duckt er sich Oh Gott, nein ich bin drin Pfff Okay Ja, so verliert er auch seine Haltung Oh Klassiker Ja Komt Ja, ich bin calorie und dannothal Und dann wir beide Ich versuch's einfach mal so. Ah, okay. Ich muss springen. Lass mich kurz... Du bist nett. Das find ich gut. Oh, du bist so nett. Ui. Na komm, mach weiter. Ui. Ja. Na. Komm schon. Ein bisschen noch. Meine Hand tut weh. Oh, meine... Was bist du für ein... Außerordentlich nettes Viech. Gebetsperle. Junge. Was ist denn Dreck? Großer Fächer. Großer Fächer. Ein Fächer aus rotem Aralia-Blättern. Wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zum Prothesenmodul. Erzeugt ein Wirbelwind, der jeden Fäck wegzaubert, den er erfasst. Göttliche Entführung durch einen Fächer. Beim zweiten Mal bist du verloren. Wirst du entführt, geh ich zum Berg Kongo. Im Sempo-Tempel werden wir tugendhafte Taten vollbringen. Kann ich damit den Rüstungstypen verschwinden lassen? Verschwindibus? Schon wirklich, oder? Warte. Schneller gerade Eingang zum versunkenen Tal. Ups. Da ist noch. Gehen wir gleich mal hin. So. Wie hieß denn das Tal, wo wir nicht sein wollten? Nö, ist alles richtig. Alles richtig. Tiefen von der Schiene wollte ich nicht sein. Aber ich wollte rasten. Was war das denn für ein Viech, ey? Also. Der zweite. Diese Folge. Ey, das wird ja immer besser. Wenn das so weitergeht, dann werde ich zehn Jahre brauchen, dieses Let's Play zu melden. Haben wir jetzt hier irgendwas? Gelbe Schießpulver. Ja, gut. Besser als gar nichts. Hätte eher, ja... Das Besseres erwartet, aber... Na gut. Was du willst? Was du willst? So. Ich bin zufrieden. Zwei gute Taten in einer Folge. Bin begeistert. Was? Nein! Nein! Echt jetzt? Woher soll ich denn hin? Weg mit euch. Sag bloß, ich muss jetzt die Schlange bekämpfen hier. Oh, da ist er. Also, er hat keinen Lebensbalken. Also. Ich denke mal eher nicht. Wir versuchen mal abzuhauen. Es war ein Versuch wert. Das ist doch nicht dein Ernstes. Was? Was tut ihr mir an? Was, was tut ihr mir an damit? Oh mein Gott! Also, für mich heißt es eigentlich, was wir gerade bekommen haben, dass wir zum Sandport-Tempel jetzt müssen. Halt wieder nach oben. Aber ich möchte es gerne nochmal versuchen. Vielleicht... Ah, da brüht die Brücke weg. Und ich glaube, die bleibt weg. Ja, ist klar. Ich fliehe in Zick-Zack. Ich fliehe in Zick-Zack. Niemand kann mir was anhaben, denn ich bin OP. Oh mein Gott! Mach bitte Platz! Danke! Ah! 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 Was ist denn? Ich weiß nicht, dieses Ding. WTF? Bist du immer noch da? Ah! Ah, jetzt bist du weg, oder was? Ja, du mich auch! Hätte weiterlaufen sollen. Halt! Habe ich nicht sein Auge verletzt? War da nicht was? Irgendein Schrott? Sonst ist hier nichts weiter, ne? Sag bloß, ich habe jetzt die ganze Zeit mit der Schlange zu tun. Ach Gott! Ja, habe ich. Ich sehe die doch noch nicht. Ich sehe sie noch nicht. Ich dachte schon, ich sehe sie. Aber ich werde, die kommt gleich. Keine Sorge, Leute, die kommt gleich. Hier haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Ich höre Geräusche. Das ist ein Affe in Rüstung. Und Schwert. Was? 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 Komm her, Junge. Wenn du dich mit mir anlegen willst, komm her. Da schießt er. Ich fass das nicht. Was für eine Kackpratze. Jetzt geh mal weg. Was für ein blöder Affe. Ich fass das jetzt mal nicht. Oh, da liegt noch Loot. Ich muss zurück. Was haben wir hier? Oh. Oh Gott. Wieder Menge Affen. Als nächstes kommen noch Hunde mit Rüstung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn hier los, sag mal. Ey. Ich werde nicht mehr. Oh Gott. Oh, da liegt noch eine Menge Loot. Ich fürchte, da kommen wir doch hin. Hin. Sieht stark danach aus. Ich habe hier doch noch Loot gesehen, aber 100% Ich muss hier runter. Oh, ich hatte irgendwas gesehen. Ach komm. Ach, da oben. Und da hinten. Nein. Habe ich da oben gesehen? Was ist denn los? So viel kann ich nicht schießen. Aber ich habe doch irgendwo unten was gesehen. Ach, da. Arktos, irgendwas. Ja, habe ich Bock, einen Genozid an Affen zu machen? Ich glaube schon, ne? Ich muss so viele wie möglich erledigen. Yolo, oder was? Ne, Yolo, komm. Wie die alle schon nicht mehr richtig angezeigt werden, weil es zu viele sind. Okay, die drehen ja mal richtig durch. Komm, einer nach dem anderen. Oh, fuck. Ah, nein. Oh, oh. Ich will jetzt unbedingt. Ich will die weg haben. Oh, gut, Freunde. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt erst mal genug Bosse und Gegner und tausende von Leuten getötet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Sero. Tschüss.